Die Heimat, den widmen wir den Frauen, vor allem den Frauen im Iran, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, vor allem den Frauen im Iran, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer nur für ihre Freiheit kämpfen. Die Heimat, den widmen wir den Frauen, die immer noch für ihre Freiheit kämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020